Ich bin jetzt hier im Reich of Rage. Das liegt daran, wegen... ...diesen Carpador. Ich bin schon so. Ich vergleiche das mit Jasmin Stahlaus. Wir sind hier wegen ihm. Ach komm. Und das letzte Teammitglied wird ein Ponieter sein. Ja, denn ich hab... Das kriegt man, was glaub ich übrigens sehr spät. Ponieter. Ja. Ja, äh... Oh, gut, klar. Ähm... Warte, 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 nein! Ja, ja! Hä, was soll ich... Nicht da. Hä? Wo ist es denn? Ach so, hier. Route 17. Oh. Hä? Ach so, Pokémon-Geld. Route 20, Silberberg, bla bla. Route 22. Hä, Kanto? Ach so, nee, das war vor der Liga, oder? Nee, da? Hä, doch... Doch, vor der Liga. Hä? Hä? Route 26, auch Kanto? Ach so, da. Das ist da vor der Liga. Ja. 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 Okay. Äh... Wir sind hier zum Pokémon. Gegen das shiny Gakadoss. Und, man? Ja, okay. Deswegen brauche ich das Kantoß nicht. Aber auch wenn es echt nice Kilo wird es. Komm schon, mir Papa. Wow. Oh, ich weiß nicht. Excellent. ja also ich glaube jetzt ist der zeitpunkt red scale da ist die na ja ich habe schon mit dem das lake ist full of characters Das ist doch gut, wie man braucht, oder? Auf jeden Fall, Sieg kriegt! Das wird eine RIEGTI... Das wird eine riesen Rolle in dieser Region... ...und wir werden ihn nochmal wieder... Sieg gilt! Oh nein, ja? Ja! Mach mal so! Ich heile mich! Hier gibt es auch Elektro-Pokémon... ...und da bin ich sehr zwielgespalten! Hol' ich mir einen Wolterball! Der Wolterball ist nicht so schlecht! Oder... Hol' ich mir einen Polizist! Was? Was? Das ist einer der stärksten, sogar die stärkste normaler Faktor. Und dass der doch lebt, der deckt sich doch komplett. Ja und der haut sich jetzt richtig ab, der hat jetzt Schiss. Nix so. Ich muss dann das haben. Und hier? Komm. Team R. Was? Level 35 Stahler und dann kommt der mit Level. Das ist die größte Beleidigung seit langem. Ach, Zubac, Zubac, Traumato und Zubac. Was erlaubst du dir eigentlich? Ich tu jetzt auch andere nach vorne, denn Pia ist zu gut gelevelt. Also nicht so gut, sie könnte gerade in der Liga mitspielen. Aber so gut für die Liga. Obwohl die letzte Arena ist die Liga mitspielen. Also sehr gut. Ja. Die letzte Arena ist keine Wasser Arena. Der sehr gut trinken ist von dem Wasser. Wir kommen wirklich auch. Aber ist mitmachen. Ich stehe jetzt im Scratch-Stream. Was tu ich hier? Ich bin hier um Gucken und zu spielen. Ich bin hier um Gucken und zu spielen. Ich bin hier um Gucken und zu spielen. Du musst mir helfen, bis ich hab deine Bekannte sich. Dir gleich mal Audiosos. Geplant für 18 Uhr. Das basta. Ich kann dort aber groben. Er ist die Serie που verblendet. Ich glaube, ich tue, dass das richtige Kultur zum Level einfließt. Das ist okay, ich habe gar nicht mehr über die Stolle, ich habe keine Gedanken, ich habe die Stolle. Ich habe die Stolle, ich habe die Stolle, ich habe das Ding, ich habe die Stolle, ich habe die Stolle. Ich habe die Stolle. so mein lieber Alkämmer ich trainiere ich die Schläge 25 und danach der ähm der 5 ja wo jetzt ja da kann man sich Wolterball machen ich kann das auch so machen ich hol mir ein Wolterball für ein Centrum und danach mache ich den Rest mit dein Punita ein Falle von Timo Rockwell oder Rainbow Rockwell oder Razi also das hier ist ein Testfilter ok 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 aber es ist schade dass er das Ding wird kaputt ist ganz schön strange strange ne tut mir leid Solar wo kriegt man die zeig mir doch wo man die Attacke kriegt ök 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 sagt wort das konto auch so da auf dem weg dann string zertrümmerer das ist nämlich von typ gestein nein kampf das kann ich da mein skarabon geben sagt auch hier das ist das ist jetzt hier ist die thema das ist guter 66 Ich zeig, wo ist das? Oh. Ja, wir sind. 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 Ja. Ja, wir sind. 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 Ja. Ja, wir sind. 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 Was kann man das auch verbinden? Was? Was bist du denn so? Ja, tick dich! Obwohl ihr ist, habt ihr einen Begeber. Ich weiß. Dann halte ich mir nicht. Aber was soll das denn für eine Aktion? Wenn ihm mal was nicht gefällt, dann springt er sich in die Luft oder was? Ja, wo sind wir denn? Moin. Guten Tag. Schon wieder, ja. Schon wieder. Nein! Ja. Erst wenn sich das noch jetzt. Aber ja, mein Liebes. Okay. Nein. Volteweil. Ich bin noch nicht so weit. Was ist das denn? Wunderbar. 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 Okay, ich bin für Kinder, oh nein, das ist noch Foto, leider. Also, Greggdolls, Greggdolls, diese Loppen. Ja, 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 ja. Okay, im nächsten Part geht's weiter mit Wolterball. Ja, komm. Ja, klingt schlecht, okay, nennen wir ihn einfach. Ach so, ich hab, ich hab einen, ich hab einen Namen, die, äh, die... ... Ah, ja, ich kann das... Nein, oh, oh. Oh